Die Vorteile Die Vorteile für die Mitarbeiter hier sind ganz klar, hier kann eine Betzeugeablage in Stufen ausgezogen werden und somit mehr Platz und Komfort geschaffen werden. Das zweite ist die leichte Verfahrbarkeit des Bettes mit seinen Rollen und das dritte ist ganz wichtig die Niedrigverfahrbarkeit und somit also die Sturzprophylaxe. Uns ist es gelungen gemeinsam im Zusammenspiel mit allen Standorten des Klinikum Regions Hannovers als auch mit allen Mitarbeitern aus dem pflegerischen Bereich, aus der Beschaffung ein großes Vergabeverfahren zu begleiten und einen einheitlichen Standard zu entwickeln für die Anschaffung von knapp 1000 Betten, die wir neu anschaffen. Und das tolle ist, dass das elektronische Betten sind. Wir haben jetzt noch in vielen Standorten alte Betten, die nicht elektronisch verstellbar sind, sodass wir auf der einen Seite einen wahnsinnigen Qualitätsgewinn haben für unsere Patienten, aber auch für die pflegerischen Mitarbeiter, die nicht wegen jedes Bettenverstellen jetzt vom Patienten gerufen werden müssen, haben da einen großen Mehrwert. Also besonders wenn man das Bett dreht, das merkt man schon den Unterschied. Also doch, sie sind wirklich besser. Sehr schön, es fährt sich gut rückwärts, vorwärts. Also wie ist die Fahrt aus Patientensperspektive? Sehr angenehm. Sehr angenehm. Man sieht alles. Es ist sehr bequem. Es fährt wie von alleine, mit dem Motor quasi. Also es fährt wirklich wie von alleine. Oder du hast zu viel von hinten, dass ich nichts mehr wach.